Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin bei 43.300 US-Dollar. Wir sind noch nicht ganz nach oben hingepumpt. Klar, der Markt ist extrem bullisch gestimmt seit gestern. Also wir sind gestern von 42.000 hoch in der Spitze auf 43.800 US-Dollar gestiegen. Das heißt, wir haben hier diese Hochs erst einmal hinter uns gelassen, aber wir haben kein höheres Hoch hinbekommen. Das ist jetzt so dieser kleine Negativaspekt für den heutigen Dienstagmorgen jetzt erst einmal. Aber ob das möglicherweise nur ein kleiner Rücksetzer wird oder ob das jetzt schon das Ende dieser kurzen Rally ist, das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Update-Video nochmal ein bisschen genauer anschauen. Bevor wir jedoch starten, lasst dem Video schon mal gerne ein Like da, abonnet den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, gerne auch einen Kommentar unten da lassen für den Algorithmus, um den ein bisschen zu pushen auf YouTube. Und ansonsten kommt gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe rein. Die Links dazu findet ihr kostenlos unten in der Videobeschreibung. So, jetzt fangen wir aber an. 43.300 US-Dollar. Wie gesagt, wir hatten hier unser Hoch bei knapp 43.800 US-Dollar, was auch perfekt mit dem 0,5er Fibonacci Retracement Level erst einmal übereinstimmt. Wir haben es im 4-Stunden-Timeframe nicht auf ein höheres Hoch geschafft und wir bekommen jetzt hier langsam aber wieder eine kleine Bearish Divergence im 1-Stunden-Chart hier erst einmal rein. Also kurzfristig würde ich jetzt erst einmal sagen, okay, nicht wirklich ein gutes Zeichen, weil wir jetzt erst einmal wieder ein bisschen zurückkorrigieren sollten. Vor allem, wenn wir uns das Fib-Level mal kurz ziehen von unserem Pump-Begin bis zu unserem Top, wäre so ein Rücksetzer in dem Bereich der 42.500 bis 42.200 US-Dollar, also genau da, wo wir gestern wieder gestartet sind, eigentlich nicht wirklich verkehrt. Einerseits würden wir natürlich diesen Pump, den wir hier hatten, mit relativ viel Volumen, auch gestern auch verwunderlich für einen Montag, dass wir uns diesen dann auffüllen würden und dann doch nochmal den nächsten und möglicherweise auch letzten Step in Richtung 45.000 US-Dollar machen. Wenn wir unseren Indikator mal ganz kurz anmachen, sehen wir auch hier wieder, wir haben hier ordentlich Vektor-Candles, wir hatten ein schönes Breakout aus der Psy-Range, auch mit einer schönen Vektor-Candle. Ob die, wie gesagt, heute noch im Laufe des Tages hält, wage ich jetzt erst einmal zu bezweifeln. Ich gehe jetzt erst einmal von so einem kleinen Rücksetzer aus bis eben hier runter ins Golden Pocket oder 0.786er, um eben diese Vektoren erst einmal zu füllen und dann eben mit dem nächsten Step nach oben in Richtung 45.000 US-Dollar. Also daran hat sich grundsätzlich nichts geändert, auch wenn, wie gesagt, wir es hier nicht geschafft haben, ein höheres Hoch mit Schlusskurs zu bilden, sondern einfach nur den WIC nach oben hin gefüllt haben. Das ist so das kleine Negative, was uns jetzt eben hier derzeit ein bisschen begleitet, aber alles nicht wirklich verkehrt. Denn wenn wir uns mal gerade so die Funding Rates angucken, die sind immer noch absolut im neutralen Bereich, bei manchen Börsen sogar noch negativ. Also hier ist alles noch okay. Die Leute versuchen eher ein bisschen gegenzuschorten, hat natürlich auch mit diesem ganzen Evergrande oder Evergrade, keine Ahnung, wie dieser Immobilienkonzern aus China heißt, ein bisschen zu tun, dass da manche eher hoffen, dass wir jetzt einen kompletten Dampf nach unten hinkriegen, eben wegen diesen ganzen Schulden, die da hinten dranhängen und sonst was. Aber man kann ja auch in China Geld rucken. Das geht ja nicht nur in den USA und in Europa, sondern das funktioniert ja auch in China. Also da jetzt erstmal nicht so wild drauf machen, auf jeden Fall die Funding Rates sind alle noch absolut in Ordnung. Wenn wir uns da noch ein bisschen so das Open Interest angucken dazu, sehen wir, okay, hat schon in den letzten 24 Stunden deutlich zugenommen. Coinbase nehme ich jetzt hier mal ein bisschen außen vor. Wer weiß, was das mit den ganzen Trusts und ETFs und sowas zu tun hat. Aber Open Interest steigt auf jeden Fall jetzt langsam wieder an. Würde auch vielleicht dazu führen, dass wir hier eben diesen kurzen Rücksetzer kriegen, aber dann trotzdem übergeordnet noch Richtung 45.000 US-Dollar steigen. Wie es danach weitergeht, das werden uns jetzt dann langsam auch mal die Aktienmärkte sagen. Da gehen wir jetzt gleich nochmal ein bisschen näher drauf ein. Aber wie gesagt, das ist hier das übergeordnete Ziel. Da würde ich auch nochmal Profite nehmen. Im Short, habe ich euch gestern schon gesagt, würde ich in dieser Szene jetzt gerade nicht machen, beziehungsweise in dieser Phase, weil, wie gesagt, wir haben hier überhaupt keine wirkliche Price Action gehabt. Wir haben hier einfach nur ein bisschen Konsolidierung gehabt mit sehr, sehr wenig Volumen. Das heißt, hier gibt es nicht viel zu liquidieren. Das Einzige, was es jetzt gerade zu liquidieren gibt, sind die Leute, die versuchen hier gegenzuschorten, die das negative Funding erzeugen und somit dann uns hier in Richtung 45.000 US-Dollar eben bringen können. Also 45 bis 45.500, 45.600, das ist so das grobe Ziel für möglicherweise den heutigen oder dann morgigen Tag, wo ich dann auch nochmal Profite von der Long-Position nehmen würde und dann hier oben auf jeden Fall reinshorten würde. Hier jetzt momentan reinshorten ist mir einfach zu riskant. Er gibt momentan zumindest noch keinen wirklichen Sinn, hier eine richtige Short-Position zu machen. Das kleine bisschen hier weiß ich nicht. Das würde ich dann eher dafür nutzen, hier nochmal die Long-Position, wegen dieser Barrage-Divergence meine ich jetzt, würde ich eher dafür nutzen, dann hier unten nochmal die Long-Position etwas zu verdoppeln. Denn ansonsten gibt es derzeit wenig zu sagen. News-Technisch haben wir heute auch nichts. Da müssen wir dann gleich nochmal auf die Märkte gucken. Ansonsten würde ich sagen, gehen wir jetzt gleich mal rüber zu Ethereum. Wie sieht es dort aus? Auch Ethereum weiter komplett auf Fahrplan. Wir haben es leider nicht mehr geschafft, hier nochmal ins Golden Pocket reinzugehen. Die Position wollte er anscheinend nicht mehr abholen, aber gut, ist halt jetzt so. Das war sowieso risky. Ansonsten übergeordnet weiter auf Fahrplan Richtung Golden Pocket. Das ist das Ziel und würde auch dazu passen, wenn Bitcoin eben, wie gesagt, hier noch hoch auch in das Golden Pocket geht. Also wir haben hier dann zwei Möglichkeiten, hier diese Woche noch short zu gehen. Also hier zwischen Golden Pocket und 0786er für über das Retracement-Level. Das ist weiterhin das Ziel. Ansonsten Volumentechnisch merkt man hier auch langsam, okay, Volumen geht deutlich zurück mit einer kleinen Barrage-Divergence, die wir hier haben auf einen 1-Stunden-Timefilm. 4-Stunden-Timefilm haben wir noch Luft, was perfekt ins Golden Pocket beziehungsweise hier dann übergeordnet ins 0786er noch passen würde. Also wie gesagt, Plan ist weiterhin, dass wir noch ein bisschen nach oben hin steigen. Die Märkte geben es momentan her. Wie das dann morgen zum Fettzinsentscheid aussehen wird, sei erst einmal so ein bisschen dahingestellt, ob das dann wirklich weiterhin so bullisch bleibt, schauen wir uns dann morgen an. Da können wir morgen eigentlich, ich überlege morgen sowieso Livestream zu machen, das erste Mal mal wieder und dann gleich wieder Fett-Livestream. Würde eigentlich ganz gut, glaube ich, zu der Situation passen. Gehen wir rüber zu den Stockmärkten. Wie sieht es da aus? Auch hier alles momentan weiterhin nach Fahrplan. Wir nähern uns langsam unserem Short-Level hier oben beim S&P 500 Richtung 4.950 Punkte. Momentan sind wir bei 4.930 Punkte. Auch hier schönes Breakout aus dieser horizontalen Widerstandslinie mit sehr, sehr viel Volumen auch gestern noch dazu. Die Futures momentan alle relativ bullisch. Also hier passt momentan alles. Es deutet alles darauf hin, dass wir hier unsere Pivots noch abholen können. Schauen wir mal, vielleicht ob wir heute im Laufe des Tages vielleicht schon unsere erste Short-Möglichkeit bekommen. Aber momentan wäre es noch ein 1%-Risk. Würde hier sogar auf knapp 18.000 Punkte hochgehen, um das zu shorten. Und beim S&P 500 ungefähr das gleiche Spiel, wenn wir uns das mal prozentual angucken. Vom jetzigen Stand aus bis zum Pivot 0,5 und dann nochmal ungefähr, sag ich jetzt mal, 1% bis vielleicht 1,5% nochmal höher setzen, weil 5.000-Punkte-Marke ist dann wieder so eine psychologische Sache. Der ist auf jeden Fall so grob der Plan, wie wir die ganzen Dinge jetzt shorten. Aber momentan ist es noch zu früh. Wie gesagt, es sind jetzt auch gerade noch die Futures-Märkte. Wir schauen uns das heute Nachmittag dann nochmal in Ruhe an, wie sich die Märkte dann so ergeben. Wie gesagt, news-technisch haben wir momentan nicht viel anderes. Was es aber noch gibt, was endlich gestern passiert ist, unser Trade wurde abgeholt. Endlich wurde unser Euro-US-Dollar-Long abgeholt. Die grüne Box, beziehungsweise dieser Order-Block, der hier unten gefüllt war oder wurde, jetzt wurde gehittet. Der Pivot hier wurde nicht ganz auf manchen Börsen, ist mir aber aufgefallen, wurde er wiederum gehittet. Also kann man jetzt erstmal so stehen lassen, kann auch mit Bing X einer kleinen Unsicherheit zu tun haben, beziehungsweise Unsicherheit, aber ihr wisst halt, Kursabweichung zu tun haben. Wichtig ist, der Order-Block wurde gehittet. Wir haben hier die Liquidität abgefischt, das ist das Wichtigste. Pivot, sei jetzt einfach mal dahingestellt, kann aufgrund verschiedener Berechnungsweisen natürlich auch immer noch ein bisschen unterschiedlich sein. Die ersten Take-Profits, nämlich hier oben bei 1,085 Euro, das ist das Golden Pocket und danach schauen wir einfach erst einmal weiter, wie das Ding läuft. Aber das hat jetzt lange genug gedauert, hoffen wir mal, dass der jetzt noch heute im Laufe des Tages in den ersten Take-Profit läuft. Möchte ich nämlich irgendwie ungern morgen noch offen haben zum Fett-Zinsentscheid. Aber gut, warten wir jetzt erstmal ab. Gold, wie gesagt, hat sich auch noch nicht wirklich was getan, aber auch da wird es in den nächsten Tagen noch ein kleines Update von mir geben. Ansonsten würde ich sagen, war es das auf jeden Fall von meiner Seite heute. Altcoin-Update-Video muss ich schauen, ob ich heute zeitlich schaffe, weil ich noch ein bisschen Termine habe. Ansonsten dann wahrscheinlich eher Nachmittag und ansonsten würde ich sagen, auf jeden Fall Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe join, Kommentar unten reinlassen und dann hören wir uns vielleicht später wieder. Ansonsten kommt heute Abend noch die Podcast-Folge auf YouTube um 18 Uhr online. Also das auch gerne anhören. Ansonsten, schönen erfolgreichen Tag. Wir hören uns in der Telegram-Gruppe. Bis dahin, ciao, ciao und wie immer. Stay Cripp.